Guten Tag, wir haben einen neuen Maths Play. Wir sind hier im Kopf. Wir sind hier drin. Wir sind hier drin. Wir sind hier mit Maths. Wir sind hier mit AATS.LU. All über Computer solutions. Alles, was mit Internetverschämt und Computern zu sehen ist. Wir sind hier natürlich schon von der Präsentation. Wir gehen hier rein. Und dann sieht man direkt Storyline. Dazu vieles. Hm. Süß. Wir lassen sie gehörig ausbluten. Und wir werden jeden Tropfen genießen. Ich liebe dieses Geschäft. Das Kartell hat mir für diese Art von Problemen einige Geldmittel zur Verfügung gestellt. Ihr habt euch mehr als nur ein paar Credits verdient. Der Jäger muss es wissen. Die Lehrerin sollte es erwähnen. Marco sagte, es sei wichtig. Das hat sie gesagt. Moment, was hast du gefunden, Anuli? Ah, um der Credits willen. Wir sprechen hier über unsere Geschäfte. Seltsame Waffenbestellungen. Panzerungen, Blasterkanonen, Schutzschilde. Er liefert an ein verlassenes Lagerhaus im Durosektor? Das ergibt keinen Sinn. Panzerungen? Moment, das kommt mir bekannt vor. Ich überprüfe eben etwas. Das klingt nach schlechten Neuigkeiten. Ich habe Anuli gebeten, nach möglichen Rivalen oder seltsamen Dingen Ausschau zu halten. Und das ist seltsam. Selbst für Nar Shaddaa. Niemand liefert teure Ausrüstung an leer stehende Gebäude. Und wenn doch, wird sie besser versteckt. Da haben wir's. Der Sargnor-Klan. Ich wusste, dass mir diese Waffenteile bekannt vorkamen. Ein Argnord-Klan hat es in die große Jagd geschafft, indem sie einen bizarren Kriegsdroiden gebaut haben, den sie von innen steuern konnten. Seine Blasterkanonen haben alles in die Luft gejagt. Jeder wurde getötet. Bis auf die Argnords im Inneren. So haben sie gewonnen. Hm. Hm. Ich weiß zwar nicht, um was es hier geht, und ich will es auch lieber gar nicht wissen. Aber kümmert euch erstmal um eure persönlichen Geschäfte, und wenn ihr fertig seid, wir passen wir uns wieder mit Eiderland. Hm. Soll ich noch gar nicht sagen. 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 Jo. Ah, schon endlich. Hier ist Stufe 3 im Dunkeln. Nice. Aber ich bin schon noch ein paar Jahre alt. Soll ich mich noch mal um... Ein bisschen imperialische Basis gewischt. Ja. Schau mal, vergisst du mich zu kaufen. Ah, das ist gut, das ist kein Alzheimer. und dann war ich mich nachschau da normal was ich schon erst wenn ich kann das leider nicht so so und dann geht es los du hin ja was soll ich erzählen keine ahnung wenn man kann also die kommentaren kein daumen ruf kein daumen ruf aber kein daumen ruf ist auch schon mal gut mit kommentare kein abonnenten was soll ich nicht mehr machen? was soll ich... das wird mir einfach mal die lässt mir kein positiv nur richten die lässt mir kein daumen ruf die gibt mir keine kommentaren aber ist es schon alles zu denken danke für die leute zu haben das macht einen Skill-Matsphäre vielen Dank was soll ich da? die innere Interessen Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ich war viel mehr mit der Republik, wie mit dem Imperium. Also, das Gerüst sieht da ja durch. Da kann man das Gerüst bei Indata kommen. Ich weiß nicht, wie in der Republik hat mich noch nie gepackt. Entschuldigung, war egal. Respekt für die Leute, die das Pferd springen. Es springen leider nicht fertig. Es sind eben Bewegungslegasthenischer. Obwesungslegasthenischer. Ich hab' nicht fertig. Ich hab' nicht gewählt. aber ich hab' nicht gewählt. Ich hab' nicht gewählt. Ich hab' nicht gewählt. Wenn Sie versuchen, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also. Da hat man aufgehen. Jo. Feuer datalo. Wir haben mit Kosten zu holen. Nice. Wenn man so viel es geht. Hm. Ah. Um im Gang Feuerklossen zu zucken. Nice. Mir gefällt das so. Richtig. Ich hab' nicht mehr mitgehen. Ich bin wieder da. Alles klar? Ja, wie sieht, haben wir auch alles ausgeräumt. Jetzt müssen wir auch Zeit gehen. Ja. Jetzt ist das so schnell. Ja, das ist dick. Ja. Okay. Ja... Ja. Ah, ja. Ja, ja. ganz diskret ein bisschen erinnert und wo ich die bürger gesehen haben und so ah peter da ich komm lokalen kommand ein konkurrentes durch dem ist es viel unschuld bürger wie möglich umbringen ich bin schon ein bisschen drin erinnert wie ich die bürger so gesehen habe ja wenn es dir kein unschuldig umbringt jetzt was ich nicht so schlecht da wird es auch noch Zeit du musst unbedingt umbringen sonst kriegst du eine schlecht Bewertung wow ok ich weiß wir teilen das heu ist ein die heute braucht die heute macht das wahrscheinlich schon so fix wie gedankt Das ist zum Reims. Obwohl wir jetzt ja Zeit das mal ein bisschen, wie Evolet spielt, wie wir Evolet spielen. Oh yeah, baby. Oh, man, wenn du noch die Sachen aktiviert kannst. Jo. Ah. Aber wo ich möchte, wenn ich direkt beginne, von hierher an meine Mission. Also, der erste Mann soll es nur bei der drüben, ah wann steckt die drüben Hundenkillen noch? Respektiv, noch der Bonus mit den, äh, X-Stickto-Killen, den, äh, machen ich... Also, wann steckt die drüben? Entschuldigung Null war meinen Bringert A táter denn, ich würde doch nicht alles weg KNOW剩 für's Einblick hinein Tmosch ist deine Br Gemeinsam, das macht nichts von dir. ich kann nicht Ich frage auch noch die Roboter. Okay, cool. Ah, da muss ich mal weggehen. Ah, da muss ich mal weggehen. Ah, da muss ich mal weggehen. Okay, ich habe mir gelungen, ob die noch gut noch was. Folgt schon mal einfach. Komm, aus der Wann. Jo. Kopfgeldjägerfasse. Jo. Ach, ich gebe so ein. Na, greifen wir sogar für den Schluss hin. Ich gebe so ein. Ah, das sind sie! Ah, das fängt mal an! Ich weiß nicht, die Kommunikation, das geht mir um mich... ...huch... 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 ...gab... Also, einfach umbringen. Hat das wahrscheinlich so. Ich hab so viele Dinge mir schwer als mich geschaut. Okay, wenn vielleicht eventuell an den Dinger in die Runde gegangen wären. Dann wäre es vielleicht ein bisschen schwierig gewesen. Nööööööö. Die Ziele noch weiter. Nach weiter. Ja, dann... Wenn wir gerade noch Häuser dann verbrennen wir noch den... den Maße des Todes hier. Ich bin wieder da. Dann den Ogekopf. Vom Master Flash. Yo. Ist verschwunden. Ich bin wieder. ok mal kurz aufs gesinnen vielleicht vielleicht kursachen schweißen hat komisch ich meine die 25 noch trotzdem schluss gesetzt machen von schlodera gehen da war schon spielzeit ja ich bin das malo reich bei uhr schwingte sind wenn relativ kurz schluss verspült kurz dazu machen mit zufrieden und kanzler schocken nur noch ein paar könnte mein problem also manche an einer Bundesmission als 3 die dote killern noch feuer stecken neus hier auf einen streich überzuneister tut dann und da gibt es so ein dann lustig erst an hier haut das war dann und dann noch gewünscht ein herr wenn ich